Musik Heute sind wir endlich mal wieder live im DM und ich zeige euch Sachen, die mir ins Auge gefallen sind. Hier von Larive ein neues Parfum, was ein Duftzwilling ist zur Nivea Sun. Ich habe es mitgenommen. Diese neue Panorama-Mascara für 14,95 Euro sieht auf jeden Fall edel aus. Hier gibt es neue Plumping Lifter Lip Glosser von Maybelline. Hier war nur noch das Orangene vorhanden, ansonsten nur noch Tester übrig, schade. Hier ein paar Neuheiten von NYX für die Lippen. Dann habe ich einen neuen Highlighter-Stick entdeckt für knapp 8 Euro in vier verschiedenen Farbnuancen. Dann kam ein 2 in 1 Produkt, nämlich Serum und Primer. Wer es mag, ihr könnt auch wunderschöne Osterartikel schon shoppen. Es gab verschiedene Aufsteller, hier so kurze Einblicke. Dieses hier duftet sehr quietschig süß. Den Duft fand ich etwas schwer, nicht zu süß. Also eigentlich mal was anderes. Und hier hat mir einfach nur das Design gefallen, bin ich ehrlich. Hier genauso. Und das geht schon gar nicht mehr Richtung Frühling, sondern eher Richtung Sommer. Das genauso schön mit Mango und Kokos. Hier für 4,45 Euro eine scheinbar neue Mundspülung fürs Zahnfleisch. Diese Reihe habe ich persönlich noch nicht getestet, aber wurde schon von einigen empfohlen. Ein neues Trockenshampoo von Balea, Happy Rainbow. Hier war von Gut2B zwei neue Produkte gekennzeichnet. Einmal ein Glanzprimer und ein Spray. Und ich konnte nicht meinen Augen trauen. Es gibt wieder Herbal Essence. Sie sind zurück. Ich habe mittlerweile schon gesehen, dass die Inhaltsstoffe wohl nicht so berauschend sein sollen. Aber ich habe diese Marke mal sehr geliebt und deswegen musste ein Produkt mitkommen. Ich habe mich für diese Haarkur entschieden. Hier gibt es von wahre Schätze eine glättende Reißwassermaske. L'Oreal hat gleich wieder eine komplett neue Reihe rausgebracht. Einmal eine Haarlaminierung. Kenne ich so noch gar nicht. Dann eine passende Spülung, die glätten soll. Natürlich das passende Shampoo. Ja, und alles wunderschön verpackt. Wurde aufgestockt. Das ist speziell für fettige Kopfhaut. Und auch für diejenigen mit Locken gibt es eine neue Reihe. Diese neue Ghoul-Serie fand ich auch sehr ansprechend. Danach habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut, was es für neuen Schmuck gibt. Und Haarspangen und Ohrringe. Ja, für jeden Geschmack war es dabei. Sehr feminine, dezente Sachen, aber auch knallbunte, auffällige Sachen. Für 3,95 Euro hat mir diese Haarspange sehr gut gefallen. L'Oreal wirbt gerade für eine neue Niaziamit-Reihe. Diesen Aufsteller fand ich etwas skurril. Gerstengras habe ich mir mitgenommen zum allerersten Mal. Das möchte ich für mich mal ausprobieren. Von Pamela Reif gibt es jetzt auch Porridge. Einmal Apple Pie oder Brownie-Style. Und natürlich ganz viele Oster- und Frühlingsleckereien. Auch dieser Frühlingstee. Ja, und ganz viel Süßkram. Und hier ist mir natürlich beim Filmen mein Euro komplett rausgeschnipst. Danach musste ich aber noch ein bisschen einkaufen. Und da habe ich euch auch noch mitgenommen. Hier habt ihr einen groben Überblick, was es geworden ist. Ein bisschen süßes Milch für meinen Kaffee. Ja, ein bisschen frisches Obst, muss immer sein. Kerzen, Nudeln seit langem mal wieder. Ein bisschen Lachs, frisches Gemüse, wie gesagt Obst. Dann habe ich hier dieses Design entdeckt. Habe es aber dann doch stehen lassen, aber sehr hübsch. Praninenreste vom Valentinstag. Schön und das war's.